Musik Ich bin hier unten im Warenhaus tätig, im Bereich Boutique. Der anfängt im Porzellanbereich, weiterhin durchgeht in Glas, Haushalt, Deko-Bereich. Ich mache das sehr, sehr gerne dort, vor allem auch die Tische dekorieren, immer ein bisschen neue Farbe reinbringen und generell halt einfach das Umbauen und präsentieren der Ware. An meiner alltäglichen Arbeit gefällt mir, dass es halt abwechslungsreich ist, dass es nicht nur um Verkaufen geht, es geht um Beratung. Ich hatte schon Kunden, die sind gekommen ohne irgendwelche Vorstellungen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, das haben wir alles eingerichtet. Dieser Kontakt zwischen Menschen auf Ideen einzugehen oder seine eigenen Ideen halt dem Kunden schmackhaft zu machen, das macht mir wirklich sehr viel Spaß. In der Babyabteilung beraten wir öfter schwangere Frauen. Die wissen erstmal nicht, was sie brauchen und wie soll das Zimmer aussehen, was gibt es überhaupt für Babyartikel. Ja, und das macht uns Spaß, wenn wir dann an dem Kunden sehen, wir haben geholfen. Wir freuen uns, neue Verkaufstalente kennenzulernen. Speziell suchen wir in den Abteilungen Möbel, Warenhaus und Baby nach freundlichen, extrovertierten Mitarbeitern. Wichtig ist auch, dass der jeweilige Mitarbeiter ein hohes Grad an Eigeninitiative hat, um auf den jeweiligen Kunden zugehen zu können, um ihn dann halt sehr kommunikativ im Endeffekt beraten zu können. Also bei Trends gefällt mir besonders gut, dass wir ein gutes Team sind. Wir arbeiten in einem Familienunternehmen, das zeichnet auch alles aus. Auch die Vorgesetzten, die wir hier haben, die auch für uns immer ein offenes Ohr haben. Wenn ich Hilfe brauche und Fragen habe, da weiß ich ganz genau, wo ich sie bekomme. Wenn es, sage ich mal, um Autositze geht, gehe ich zu einem bestimmten Kollegen. Wenn es zum Kinderwagen geht, gehe ich zu einem anderen Kollegen. Also ich bekomme immer Hilfe, wenn ich sie dann brauchen sollte. Wir bieten attraktive, abwechslungsreiche Tätigkeiten in unseren Trendshäusern an. Wenn man richtig Gas gibt als Verkaufstalent, hat man auch super gute Möglichkeiten, weiter nach oben zu kommen, sich weiter hochzuarbeiten. Also ich bin Quereinsteiger, komme aus einer ganz anderen Branche, habe mich aber stets weiterentwickelt und bin zu einer Erstkraft aufgestiegen. Wer bei Trends einsteigt, der arbeitet in einem der schönsten junge Wohnhäuser Deutschlands, in einem renommierten Unternehmen. Es wird auf jeden Fall nie langweilig und die Zeit vergeht auch im Flug. Dann hat man schon Feierabend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017